Weiche, wilde Welten. Das ist ein Format, das ich vor vielen Jahren im Haus Lebenskunst angeboten habe. Und ein Tanzformat, wo man in verschiedene Welten reingehen kann und dort zum Beispiel in den Kuss-Space geht oder in den Augenkontakt-Space oder kuscheln, was auch immer. Und man sucht sich eben Leute, die Bock haben, genau das gerade mit mir zu machen. Dieses Format wird es jetzt auf dem Farmgathering geben. Ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde und wir werden am letzten Abend weiche, wilde Welten tanzen und feiern. Und es wird natürlich Farm entsprechend ein bisschen mehr kinky, ein bisschen mehr juicy, ein bisschen mehr verrückt und wild. Lasst euch überraschen, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann!